Wie starte ich eigentlich wirklich? Also nicht nur, was muss ich machen oder was kann ich machen, sondern auch, wann macht es Sinn. Also auch vom Timing her, welcher Schritt folgt auf welchem, auch vom Timing her. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, Immolution Podcast. Heute wollen wir mal über das Thema Immobilienmakler werden sprechen. Wir sitzen hier wieder gemeinsam im Podcast heute und wollen einfach mal mit so ein paar Mythen aufräumen, weil viele haben ja eine gewisse Vorstellung, was man alles braucht, was man alles machen muss, um als Makler starten zu können. Darüber sprechen wir einfach heute mal, was ist denn wirklich richtig, was kann man wie, wo machen. Genau. Wunderbar. Genau das sollten wir heute tun, denn aus meiner Sicht ist es wirklich so, dass da draußen, ja, wie starte ich eigentlich wirklich? Und natürlich gibt es zwei Bereiche. Einmal gibt es das Thema Theorie und da haben viele unheimlich Respekt davor. Also was muss ich eigentlich alles wissen, rund um eine Immobilie zu verkaufen, zu akquirieren und so weiter. Und das andere ist die Praxis. Und die Dinge zueinander zu bringen, das ist das, wo die meisten drüber stolpern. Es gibt es aber noch einen anderen Bereich, nämlich ist diese ganze Tool-Welt. Ja. Also diese ganzen Helferlein und was brauche ich als erstes, was brauche ich erst später. Und da eine Struktur zu haben, einen Weg, eine Straße, man könnte auch sagen, welche Straße oder Navigationssystem ist vielleicht noch besser. Ein Navigationssystem. Also nicht nur, was muss ich machen oder was kann ich machen, sondern auch, wann macht es Sinn. Also auch vom Timing her, welcher Schritt folgt auf welchem, auch vom Timing her. Was ist denn deiner Meinung nach ein großer Fehlglaube, der gerade bei Leuten, die eben Makler werden wollen, herrscht, was man alles braucht, was man alles haben muss, um starten zu können? Also zuallererst, glaube ich, ist es erstmal ganz, ganz wichtig zu wissen, was bekomme ich überhaupt von wem wirklich geliefert? Nehmen wir das Beispiel geprüfter Immobilienmakler. Was kriege ich da wirklich? Und wir müssen nicht darüber diskutieren, ist das jetzt sinnvoll oder ist das Kappes? Ich will da gar nichts abwerten oder negativ bewerten. Der Punkt ist, was kriege ich? Ich kriege dort theoretische Grundlagen, die natürlich wichtig sind. Weil wenn du keine Ahnung hast, also null Kompetenz hast, ist das nicht cool. Aber du kriegst auch nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ganz streng genommen, ganz streng genommen und mal abgesehen von dem Zertifikat, was man bekommt, kriegst du dort die Dinge und sehr maklerprovisionslastig oder rechtslastig. Maklerrecht ist ein ganz, ganz großer Bestandteil. Und da kann man zum Beispiel sagen, wenn ich eine coole Leistung liefere, werde ich keine Probleme haben mit Geld. Dann wird mir immer mehr Kunde gerne die Provision zahlen. Also warum ist ein großer Teil der Ausbildung auf das Maklerrecht bezogen? Ja, und es ist nur rein einfach mal in den Raum geworfen. Also was brauche ich wirklich rund um die Immobilie? Und dieses Wissen gibt es in Büchern, gibt es in Videos, auf YouTube, auf Google. So, keine Sorge, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt sagt, holt euch das Wissen aus YouTube. Es muss aber nur klar sein, dass das einfach Theorie ist. Und die Theorie bringt gar nichts, gar nichts, wenn sie nicht in Verbindung mit der Praxis steht, also mit praktischer Ausbildung. Ja, zum Beispiel ein Praktikum, was ja dort auch promotet wird, dass man das machen muss und so weiter. Aber keine Ausbildung wird überhaupt oder kann überhaupt Ausbildung genannt werden, wenn da nicht Praxis dazu gehört. Und das ist halt unendlich wichtig, weil sonst hast du gar kein Verständnis davon, wie überhaupt eine Besichtigung wirklich vor Ort läuft. Oder wie man eine Immobilie wirklich bewertet und wie man das vor allen Dingen einem Menschen auch erklärt. Ja, also das ist so ein Thema. Also ganz wichtig, schau genau hin, was bekommst du von wem. Und vergiss niemals, dass ohne Praxis keine vernünftige Ausbildung. Theorie ist aber eine sehr, sehr wichtige Grundlage und natürlich braucht man auch gewisse Zertifikate, weil sie bestätigen natürlich, dass man das Wissen auch hat. So, das mal als erstes. Okay, gut. Was ist denn deiner Meinung nach wirklich ein sinnvoller Ablauf für jemanden, der starten will, loszulegen? Was brauche ich als erstes? Also aus meiner Sicht, aus meiner Sicht ist das mitallerwichtigste, dass du jemanden hast, sagt man zum Beispiel einen Mentor, der dir den Weg sauber aufzeigt. Und da sind wir schon natürlich bei einem Unterschied zwischen Ausbildung, normaler Ausbildung und einem Coaching-Programm, wo beides miteinander vereint wird. Das ist mal eine Sache, die sehr wichtig ist. Also jemand, der das, was du lernen willst, schon hinter sich hat. Und der weiß, wie die Kniffe, die auch Tricks, Tricks und Kniffe wirklich funktionieren. Und der dir das Ganze auch darüber bringt, weil Immobilienmakler ist ein People-Business, du musst mit Menschen arbeiten. Super wichtig. Also neben Theorie ist das Verkäuferische, Rhetorische, Gesprächsführung, diese Dinge ist ein elementarer Grundbaustein als Immobilienmakler. Wenn du das nicht kannst, hä, wie willst du denn dann erfolgreich sein? Ja. Geht nicht. Ja, also ganz wichtig aus meiner Sicht. Okay, also das heißt, deiner Meinung nach ist der erste sinnvolle Schritt, sich jemanden zu holen, der das alles schon gemacht hat, der jahrzehntelang Erfahrungen in dem Bereich hat, auch viele Fehler schon selbst gemacht hat, um vor Fehlern zu schützen. Und eben die Kombination aus Theorie und Praxis, aber eben in Kombination und nicht getrennt voneinander. Genau. So, du kannst, also nochmal diese Grundausbildung geprüfter Immobilienmakler, die kannst du, wenn du einmal verstanden hast, wie das Ganze funktioniert, machst du das einfach berufsbegleitend mit. Ja, das ist überhaupt gar nicht das Problem. Ja, so, genau. Das heißt, ganz klar, wenn ihr Makler werden wollt, tragt euch bei uns ein für ein Strategiegespräch und lasst euch von uns beraten. Und wir können euch auf jeden Fall dabei helfen, diese Kombination aus Theorie und Praxis herzustellen und einen Mentor an die Seite zu bekommen, der euch auf diesem Weg begleitet. Es wäre auf jeden Fall ein schlauer Schritt, weil die Leute suchen sehr schnell eine Lösung für ein Problem. Also ich habe keine Ahnung. Also Lösung ist, ich mache eine Ausbildung zum geprüften Immobilienmakler. Ja, aber damit lernst du nicht die wichtigsten Grundlagen, weil du wirst dadurch kein wirklich guter Immobilienmakler. Und dadurch verdienst du auch kein Geld. Genau. Und damit sind wir beim nächsten wichtigen Punkt, nämlich Geld verdienen. Wie verdient man als Immobilienmakler überhaupt Geld? Ja, wir dürfen ja nicht vergessen vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt aktuell. Also es stellt sich einiges um. Das heißt, ich muss auch hier alles wirklich beherrschen an Grundlagen. Für mich ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Leute denken sehr schnell wie Webseite, wie Visitenkarte. Das sind alles, by the way, Dinge, die nicht total unwichtig sind, aber im ersten Schritt nicht kriegsentscheidend sind, nicht wirklich entscheidend sind, dafür erfolgreich zu werden. Okay, das heißt, klare Aussage, um das Statement zu unterstreichen. Geld verdienen, viel Geld verdienen kann ich auch erstmal, ohne dass ich Fokus auf diese ganzen Tools und Dinge, die vielleicht mir im ersten Schritt als sehr wichtig erscheinen, wie eben eine Webseite, kann ich das auch ohne erstmal. Absolut. Und das nebenher quasi Stück für Stück sukzessive nacheinander machen. Absolut. Wenn du jetzt damit anfängst, du hast doch nichts. Du hast keine Reputation, du hast keinen Erfolg gehabt. Du hast keine Immobilien auf der Seite. Du hast keine Immobilien. Du hast gar nichts. Also was soll denn das für eine Webseite werden? Ja, klar. Also ich würde sogar viel eher darüber nachdenken, an ein paar Privatverkäufer ranzugehen und denen zu sagen, pass mal auf, ich mache das für euch. Ich würde sogar sagen, für Lulu. Also schenk deine Dienstleistung, damit du Erfahrung sammeln kannst. Das ist jetzt natürlich sehr weit hergeholt, aber es wäre ein Ansatz. Das heißt, erstmal zu sagen, pass auf, ich habe das gelernt, ich mache das, ich will in den Markt rein, ich unterstütze dich, ich mache das für dich. Und überhaupt erstmal in den Markt reinzukommen. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere, um Gottes Willen, der Bosbach, der erzählt jetzt den Leuten da draußen, dass sie umsonst arbeiten sollen. No, no, no. Das habe ich nicht gesagt. Sondern ich sage, die ersten Schritte zu machen, wirklich Profi zu werden und du bist kein Profi, wenn du startest. Du bist kein Experte, wenn du startest. Also das ist erstmal super wichtig, da richtig reinzukommen. Dass du überhaupt mal einen Fuß in die Tür kriegst. Okay, sehr gut. Jetzt komme ich zur nächsten sehr, sehr wichtigen Frage, ist das Thema 34c. Also die Gewerbeerlaubnis, wenn du so willst, die Berechtigung, das machen zu dürfen. Was ist deiner Meinung nach das perfekte Timing oder das richtige Timing um den 34c? Wo ordnest du das ein? 34c ist ja regional etwas unterschiedlich. Da muss ja auch eine Fortbildungspflicht da sein. Also du brauchst, in manchen Regionen wollen die das schon direkt zur Gründung sehen, in manchen nicht. Also das macht natürlich Sinn, dass man das am Ende des Tages auch hat. Das ist mal die eine Sache. Bei uns zum Beispiel im Coaching kriegt man das automatisch auch mit, wenn man das Coaching absolviert hat. Das nur mal so am Rande. Also das ist einmal der wichtige Punkt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder direkt von vornherein auf den 34c drauf zu gehen, das alles zu machen. Da gibt es eine lange Liste, was man tun muss. Oder erst mal ein, zwei Deals zu machen, Gelegenheitsmakler zu sein, überhaupt erst mal Geld zu verdienen und dann den 34c entsprechend nachzumachen. Weil wenn du keinen Dreck am Stecken hast, das ist natürlich wichtig, sonst kriegst du den nicht. Also du musst eine saubere Auskunft beim Finanzamt bekommen. Also du musst wirklich sauber sein, sonst kriegst du den 34c gar nicht. Also da solltest du schon vorher drüber nachdenken, dass du echt safe bist. Also du kannst auch ein, zwei, drei Deals machen und dann den 34c beantragen. Und da braucht auch gar keiner rummeckern und rummosern. Das ist völlig in Ordnung. Erst mal rein und dann erst mal Geld verdienen und dann den nächsten Schritt machen. Das ist total in Ordnung. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe das vor Jahren auch noch anders gesehen. Aber heute ist es überhaupt gar kein Problem. Okay, das heißt, nochmal Revue passieren lassen. Sucht euch jemanden, der euch hilft, der die Erfahrung schon hat, der Theorie mit Praxis vereint, der euch auf dem Weg begleitet, um zu starten. Startet einfach 34c im weiteren Verlauf. Nächster Schritt, genau. Genau, nächster Schritt. Dann diese Tools Stück für Stück sukzessive aufbauen. Genau, ein letzter, last but not least, Punkt und der ist alles entscheidend. Weil du kommst nur dann wirklich cool in die Praxis, wenn du alle Vorlagen hast, die du brauchst. Die Vorlagen geben dir die Struktur vor. Also die Vorlagen zum Beispiel, wie wird ein Objekt aufbereitet? Welche Unterlagen brauchst du? So, das ist das Wichtigste. Also Checklisten, Vorlagen, Anleitungen, Marketingmaterial, Werbematerial, alles was du brauchst, um ans Start zu gehen. Genau. Und bei uns, in unserem Coaching, bekommt unser Kunde ein Business in the Box. Ja, das heißt, er kriegt das komplett geliefert. Und da bin ich jetzt mal ganz groß schwierig. Das wird ja immer besser. Also es gibt nicht nur Theorie und Praxis, sondern es gibt auch noch Vorlagen. Genau. Und da kann ich wirklich, da nehme ich echt den Mund jetzt mal voll und sage, da gehe ich jede Wette ein und das hält jedem Vergleich stand, dass es in Deutschland kein Unternehmen, keinen Coach gibt, der so hervorragend aufbereitete Unterlagen seinen Kunden zur Verfügung stellt, wie wir das tun. So, ein bisschen Werbung an der Stelle, aber es ist halt wirklich auch ziemlich geiler Shit, den wir da raushauen. Ja, und damit hast du so eine geile Basis und den Rest machst du erstmal manuell, bis der Laden läuft. Also auch CRM und so ist erstmal gar nicht der Engpass. Nein, nein, das ist null der Engpass. Absolut nicht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eine gute Folge abgedreht. Willst du das Outro machen? Ja, also in diesem Sinne, ich sage mal, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Makler werden wollt und euch auf das richtige Level direkt zubewegen wollt und keine Lust habt, Umwege zu gehen, sondern den direkten Weg zum Ziel gehen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Jetzt einfach hier in der Infobox auf den Link klicken. Auf unsere Seite vereinbart einfach ein kostenfreies Gespräch. Wir reden darüber. Ansonsten Like hier unter dieses Video und vor allen Dingen folgt diesem Kanal. Das ist das Allerwichtigste. Folgt diesem Kanal, um weitere coole Videos zu bekommen, nichts zu verpassen und gerne auch auf den anderen sozialen Medien Kanälen uns folgen. In diesem Sinne, alles Gute. Vielen Dank.